Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sheldorid. Wir sind momentan an Missionen erledigen und sind auf einem guten Weg, dies auch zu schaffen. Ich kann mir das Ganze nochmal ganz kurz zeigen und zwar ist momentan noch meine Pamela unterwegs. Einen haben wir bereits getötet, wir müssen hier unten nochmal vorbei. Das Foto können wir jetzt gleich wieder abgeben. Wir müssen aber noch bei den Aktenkoffer vorbei, wo wir auch noch den Aktenkoffer unbedingt besorgen sollen und dann den hier abgeben müssen. Danach haben wir es allerdings tatsächlich schon und sind dann komplett durch mit allem. So, wir haben hier auch, unsere zwei Kompadres sind auch voll bis oben hin mit Maria. Ja, 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 jetzt stresst mich doch nicht so. Bestätigen. Stärke von sieben, nein danke Mary. Und wieso kommen hier dauernd Frauen vorbei? So, Objekt untersuchen, Objekt untersuchen, Objekt untersuchen, Objekt untersuchen. Objekt untersuchen. Man sieht, es läuft. So, das ist übrigens noch eine Truppe mit dem... Aber wir sind aber komplett voll. Objekt untersuchen. Darfst du danach die Katze füttern? Ah, eine Lindlichtmaschine haben wir gefunden. Na, wunderschön. So, können wir davon irgendwas noch mitnehmen? Metall haben wir 90 im Besitz. Wir können auch unsere Türen nochmal verstärken. Das Problem ist, ich glaube, wenn ich jetzt die Türen jetzt nochmal verstärke, ich hätte gerne... Tatsächlich hätte ich gerne noch einen Einbruch mitgenommen, dass wir im Spiel alles abgedeckt haben. Wir haben sogar einen Tod. Also einen Toten. Ähm, leider fehlt uns noch der Einbruch. Den hätte ich gerne. Einbruch wäre noch super gewesen, wenn wir den nur irgendwie bekommen hätten, aber... Die, wo es probiert haben, haben wir aufgegeben. Leider viel zu schnell, wie ich finde. Okay, wir sind hier auch. Die sind voll. Kimberly. Kimberly möchte handeln. Schalter. Oh ja. Gerne. So, Objekt untersuchen. Oh, Objekt untersuchen. Oh ja, die Katze wird es überleben, denke ich. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal. So, Rohre. Wie viele Rohre haben wir eigentlich? 28 nur im Besitz. Guck mal, Radio. Wir können auch... Okay, wir haben ja jetzt genug Holz im Besitz. Wir haben 202 Benzin im Besitz. Holla, die Waldfee. So, und Pamela ist... Ja, wird noch eine Weile dauern. Ach, guck mal, hier ist noch Platz. Mitnehmen. So, wie geht es der Katze? 91%. Er ist aber jetzt gleich fertig. Danach darfst du den Anzug nehmen. Aufrüsten. Nein, uns fehlen noch drei Schalter. Aber du darfst die Falle mal kurz leeren. Objekt untersuchen. Oh, kleiner Schrottplatz. Ein sehr gut gefüllter Schrottplatz. Sogar mit Zündkerze. Lass mal aber alles liegen. So, Falle ist safe. Reparieren. Reparieren. Mitwirken. Mittelgroßes Haus. Oh, drei. Oh, drei. Äh, drei sind nicht zu unterschätzen. Die wollen allerdings nur handeln. Äh, ich hätte gern das Holzblatt. Ich hätte auch gern noch... Du kriegst das hier. Du kriegst... Den Teddy. Nimm doch das Metall dazu. Danke. Läuft. Und mittlerweile Tag 92. Bald der nächste Tag. Okay. Haben wir hier noch irgendeinen... Ah, so hier können wir noch alles mitnehmen. Das ist immer am einfachsten. So, du willst rekrutiert werden. Stärke von... Oh, Stärke von 11. Ich hätte gern einen mit Stärke von 12. Stärke 11 war nicht schlecht. Oh, zwei Rucksäcke. Uh. Wir finden auch noch mal richtig gutes Zeug hier unsere zwei. Compadres. Rucksäcke. Acht Slot. Oh, das sind die kleineren. Trotzdem, verkehrt wären sie gar nicht. Könnte man auch übrigens notfalls zerlegen, die Dinger. Äh, können wir das Ding hier auf... Ja, wir können es ohne Probleme aufrüsten. Die Frage ist, sollen wir es aufrüsten? Eigentlich ja. Wir rüsten den Schutzraum nochmal auf. Äh... Fremde ansprechen. Mütland. Das müsste auch noch auf offener Straße sein. Ja, genau. Mitten im Nirgendwo. Möchtest du handeln? Ja, möchte sie. Ah, guck mal. Verbandskiste. Dafür kriegst du... Zweimal... Ne, warte mal. Kriegst du nicht. Dafür kriegst du das hier. Dann haben wir auch den Platz. Danke. Ah, guck mal. Er kommt schon wieder. So, und aufrüsten. Und wir können direkt nochmal die andere Tür aufrüsten. Oh, nochmal zwei Gewehre. Boah. Okay, die Munition... Also die Munition nehmen wir gerne mit, aber... Ja, auch die Gewehre. Ich habe keine Ahnung, wie viele Gewehre wir jetzt hier schon dabei haben, aber... Ja. Genug. So, dann haben wir den Bunker auch komplett abgecreated. Mit den richtig, richtig fetten Türen. Dass hier wirklich gar keiner mehr reinkommt. Äh, Interessantes gefunden. Neon. Großes Haus. Das ist schon die nächste Mission. Ist der mein Aktenhoffer? Lass mich raten, du bist hinter dem Aktenkoffer. Oh, ja. Ja, gib ihn mir. Ich möchte dich nicht töten müssen, aber ich werde es tun. Du begreifst es nicht. Dieser, dieser Aktenkoffer. Er könnte unser aller Ende bedeuten. Diesmal endgültig. Er enthält die Abschusscodes für die letzten verbliebenen Atomsprengköpfe. Schau, ich habe einen undurch... Äh... Was? Underdurchdringlichen, undurch... Was? Unterirdischen Schutztraum. Mir sind Atomsprengköpfe völlig egal. Ich nehme ihn mit Gewalt. Okay. Schau, nimm ihn einfach. Ich würde dir raten, ihn zu verbrennen. Wenn er ihm in die Hände fällt, sind wir... Sind wir alle verloren. Enthält die Abschusscodes von einigen aktiven Atomsprengköpfen? Beängstigend. Okay. Ähm... Danke. Ah, ja. Vielleicht ist... Cool. Kann man tatsächlich so komplett sterben? Würde ich dann eine Atombombier sehen? Ich würde es cool finden. Ich meine, wir sitzen... Sie hat alle recht. Äh... Ich meine, wir sitzen in einem... Wir sitzen in einem Bunker. Zwar kein atomsicherer Bunker, weil der ist ungefähr zwei Zentimeter unter der Erde. Aber wir sitzen in einem Bunker. Ich meine, bessere Ausgangslage hast du nicht. Tschau. Okay, so nicht. Hallo? Danke. Wie jetzt? Jetzt flieht der auch noch. Ha, ha, ha. Gut. Hallo, wenn dies... Der hat... Ich wollte gar nichts von ihm. Er hat sich mit uns angelegt. Kann ich noch nichts für. Trauma. So, Wahrnehmung 9. Bestätigen. Äh... Bergdurchsuchen. Die haben sich gerade mit uns angelegt. Da kann ich nichts für. So, Pamela hat den Aktenkoffer. Pamela ist jetzt eigentlich... Nee, geht hier unten das Foto abgeben. Und danach zurück. Den Aktenkoffer müssten wir hier abgeben. So, dann haben wir noch Pipi und Dings. Ah, die kommen endlich wieder. Und die hier sind noch unterwegs. Objekt durchsuchen. Mitwirken. Pamela. Das ist schon... Nee, das ist das große Haus. Ist es der? Nee, das ist der nicht mit dem Foto. Äh... Ah, hi. Also, ich habe ein paar Waren dabei. Ach, die will handeln. Ähm... Tausche Klebeband gegen Klebeband. Finde ich nicht nett. So, 10. Läuft. Oh, Bergdurchsuchen. Stackt hier von irgendwas noch. Ja, komm, wir lassen den Rest so wie es ist. Ja, da hat er den Aktenkoffer und das Foto dabei. Das belegt zwei Plätze. Ähm... Hier wurde Seife entdeckt. Na, guck mal, Kaffee können wir noch mitnehmen. Ich müsste... Wir bauen, glaube ich, echt mal... Wir bauen mal eine Kaffeemaschine. Ganz ehrlich. Äh... Objekt fertigen. Ich... Ja, komm, wir bauen eine Kaffeemaschine. Ganz ehrlich, was soll's. Bau mal eine Kaffeemaschine hier hin. Wir haben so viel Kaffee jetzt auch schon. Ich weiß gar nicht, was mit dem Zeug anfangen soll. Kaffee... Kaffeebrühen. Ich glaube, da bedienen sich dann auch einfach mehrere dran. Oh, es regnet. So, Objekte untersuchen. Wir sind immer noch auf großer Erkundungstour. Haben nur keinen Platz mehr. Wir sind so voll. Ah, das Wohnmobil kommt wieder. Ach, cool. Es kommt sogar angefahren. Das finde ich... Das finde ich schön. Das gefällt mir. So, Motor, Kirche, bestätigen. Ah, sehr schön. Wir sind da. Wir können das Foto gleich abgeben. Jetzt seh mal gleich, ob der voll ist. Also, ganz ehrlich, ich hätte lieber ihn wahrscheinlich umbringen sollen. Hast du es? Zeig es mir. Ja, äh... Da ist es. Nur ein Foto von ein paar Kindern. Deine Kinder. Gib's her sofort. Oh ja, ja. Das ist noch besser, als ich mir ausgemalt hatte. Was? Umhängetasche. Kleine Tasche mit einem Riemen zum Tragen. Zusätzlich Objekte, Bild. Zusätzlich vier Slots. Rüstest du sie aus und nutzt sie bei Expeditionen. Wieso ist es nicht rot? Ach nee, das ist, glaube ich, dieses Orange. Okay, wir kriegen hier nur Bock Mist von ihm dafür. Wir haben jetzt fünf Gasmasken von ihm bekommen für das Foto. Ich glaube, wir hätten ihn lieber umbringen sollen. Das war jetzt strange. Aber gut. Was willst du machen? Bestätigen. So, unsere zwei Unmobilfahrer kommen wieder. Äh, mitwirken. Wir haben zumindest die Mission erledigt. Schade, ich hätte gerne mal... Ich hätte wirklich gerne mal ein Objekt bekommen, was wir dann bauen können. Aber irgendwie sieht es da leider schlecht aus. Hast du zufällig eine ordentliche Unterkunft... Ach so. Äh, geh weg. 46 Objekte durchsucht. Äh, Orte durchsucht. Ja, wenn das in der Wahrnehmung nicht steigt, dann weiß ich auch nicht. Alter Verwalter. Aber richtig. 13 und 11. Tolla, die Waldfee. 400. Ah, okay. Wir haben keine... Und wir können keine Dosen mehr lagern gerade. Objekt fertigen. Wir brauchen ein weiteres Dosenlager. So, Objekt untersuchen. Hier geht leider auch nichts mehr. Gut, haben wir jemanden, der fit ist? David. David schläft, glaube ich, schon, oder? David darf auf jeden Fall mal schlafen. Pepe muss sich ausruhen. Matthew muss sich ausruhen. Er muss duschen. Nachdem er gebaut hat, gehst du einmal duschen. Danach müsst ihr ja noch was trinken. Wir sind echt voll. Holla, die Waldfee. Den Aktenkoffer würde ich gerne noch machen. Das Problem ist, wir müssen sowieso erst warten, bis Amy wieder da ist. Ablehnen. Ah, Stärke von 5 nur. So, du wirst duschen. Boah, okay. Wir brauchen aber, wenn ihr das noch das noch brauchen, wir... Wir haben 67 Kaffee im Besitz. Noch brauchen wir Kaffee. Ja, wir haben jetzt auch genug von den anderen Pillen im Besitz. So, duschen. Danach gehst du was essen. Danach gehst du was trinken. Und ihr sprecht die Fremden an. Also, wir müssen jetzt warten, bis Amy... Ne, Amy, Pamela, Pamela, Amy... Ne, das hier ist Amy, bis Pamela, glaube ich, wieder da ist. Ich kann mir die Namen nicht merken. Das ist auch relativ... Es ist auch relativ uninteressant. Wir gucken mal. Wer heißt sie denn? Doch, Pamela. Bis Pamela wieder da ist. Pamela befindet sich aber jetzt schon auf dem Rückweg zu uns. So, Objekt untersuchen. So, was habt ihr jetzt alles dabei? Die Streicherzeuge können weg. Das kann weg. Das kann weg. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Das kann weg. Das nehmen wir mit. Das Buch kann weg. Das nehmen wir mit. Objekt untersuchen. So. Wie sieht es hier aus? Das ist fit. Toilette benutzen. Okay, wir haben zwei, die fit sind. Objekt untersuchen. Das Problem ist, wir können halt jetzt auch mit den Quests trotzdem nichts anfangen erstmal. Expedition planen. Wir könnten die beiden. Wir könnten Scott losschicken. Und wir könnten David losschicken. Die Frage ist, wohin? Wir könnten nächstes Mal zum Hubschrauberplatz gehen. Und die voll ausrüsten mit Handkanaten. Bis zum geht nicht mehr. Und versuchen die dann so umzubringen. Den Waffenhändler für 30 Munitionen. Der Aktenkoffer. Ah komm. Was soll's. Wir probieren's. Dahin. 63 Wasser. Bestätigen. Stärke von 9. Stärke von 9. Ähm. Ein Beil. Du kriegst. Du kriegst ein Beil. Du kriegst ein Beil. Und der andere kriegt aber auch eine Pistole. Du kriegst eine Maske. Du kriegst eine Weste. Du kriegst einen Rucksack. Ihr bekommt... Fünf mal Verbandskisten. Ihr bekommt... Was bekommt er noch? Schürfwerkzeug. Weil er da eh vorbeilauft. Ihr bekommt... Ah warte mal. Wir brauchen eh 30 Munitionen waren's. Die wir eh brauchen. Das sind... Fünf Munitionen. Ja. 45 Munitionen mal. Nehmen wir mal mit. Mehr als genug Munition. Und... Ihr kriegt Handgranaten mit. Wir legen uns mal mit denen vom Hufschrauber an. Kann sein, dass es völlig in die Hose geht. Kann aber auch sein, dass es funktioniert. Auf jeden Fall. Wir nehmen mal genug Handgranaten mit. Dann sollte das schon passen, denke ich. Ich hoffe, man kann nicht nur eine Handgranate werfen, sondern mehr Handgranaten werfen. Dann haben wir nicht das große Problem. Wir gucken mal bei der Hubschrauber-Crew vorbei. So. Verbandskisten haben wir. Munition haben wir ohne Ende. Du kriegst einen Rucksack. Du kriegst eine Weste. Ihr kriegt einen Bewegungsmelder. Du kriegst eine Maske. Und du bist Stärke 10. Stärke 10. Stärke 12. Stärke 12. Stärke... Ja, wir müssen eine Pistole nehmen. Du kriegst eine Pistole mit. So. Die dürfen sich mit der Hubschrauber-Crew noch anlegen. Ich meine... Wie gesagt, ich will nur bis Tag 100 spielen auf jeden Fall. Ich wünsche nur, dass ich eine weitere Person finden könnte. Ich bin so einsam hier draußen. Hallo. Wir sind unter dir. Wir sind gar nicht wenige. So, Objekt untersuchen. Ja, wir brauchen davon eigentlich... Wir brauchen halt echt nichts davon. Äh... Ja, komm, warum nicht? Obwohl... Hier, komm. Und... Was? Weil ich es noch gesehen habe. Hier. Der hat uns gerade unsere... Schweinerei... Der hat uns gerade unsere Dosen geklaut. Arsch! So, du gehst... Duschen. Danach gehst du den Schutzraum reinigen. Pepi geht was essen. Das macht er jetzt eh schon. Gut. So, Objekt untersuchen. Bestätigen. So, Pepi isst was. So, danach gehst du füllen. Danach gehst du dir einen Anzug nehmen. Und danach... Machen wir erst mal den Elch da raus. Palle leeren. Objekt untersuchen. Oh, wir finden halt aber echt hier wieder Zeug. Ohne Ende. Okay. Nein! Vergiftet. Das gibt's doch nicht. Die vergiften sich... Schreibt mir mal in die Kommentare. Wieso sich die dauernd vergiften. Ich lasse sie nur noch Dosenzeug essen. Die kriegen von mir... Das Wasser ist null kontaminiert. Wo vergiften die sich die ganze Zeit? Das ist mir ein Rätsel. So, Anzug zurückbringen. Reparieren. Amy ist wieder da. Sehr schön. So, was hast du dabei? Tag 94. So, Kraftstoffe hinzufügen. Objekt untersuchen. Kraftstoffe hinzufügen. Acht Orte durchsucht. So, wir haben den Aktenkoffer. Den Aktenkoffer geben wir auf jeden Fall noch ab. Ist die noch fit? Oh, guck mal. Die können wir gleich nochmal losschicken. Aber falls wir kämpfen müssen, würde ich tatsächlich, glaube ich, Amy wirklich nochmal losschicken. Falls wir nämlich kämpfen sollten oder müssten, wäre das eine sichere Sache. Die ist echt. Wir schicken Amy, wenn dann los. Amy darf kurz schlafen gehen. Danach geht Amy etwas essen. Matthew darf den Schutzraum gleich nochmal putzen. Und Pipi darf nochmal Benzin abschütten. Zweimal. Äh, etwas Interessantes gefunden? Naja. Hubschrauberabsturzstelle. Oh ja. Dann kriegen wir das in der Folge auch noch hin. Okay, die haben halt das Gewehr. Du bist zur falschen Zeit, der falsche Ort. Und wir sind einige der härtesten Kämpfe. Au. 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 Okay, wir sterben, ohne dass wir überhaupt angreifen dürfen. Verbandskasten. Sonst ist er eh gleich tot. Okay. Das ist natürlich kacke. Angreifen. Ne, warte mal. Objekte. Granate. Oh yeah. Rüstung. Hahahaha. Hat war nichts. Rüstung. Rüstung. Da fehlt. Rüstung. 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 Nein, tot. Rüstung. Da fehlt. Blutend. Tot. Nein. Okay, die kriegst du nicht, äh, die kriegst du nicht tot. Die Soldaten. Oh, mega Trauma. Trauma plus 40. Wunder noch nicht angezeigt. Pepe hat ein, äh, stärker Attribut verloren. Ah, wir sind voll traumatisiert gerade. Pepe hat ein stärker Attribut verloren. Nein. Ah, beide tot. Okay, Pepe darf einmal Funkspruch abgeben. Äh, rekrutieren. Wir rekrutieren wieder. Und wir haben die ganze Munition gerade verloren. Na gut, aber ich wollte es ausprobieren. Ganz ehrlich, wie gesagt, also, das endet sich, äh, also, wir, wir nähern uns dem Ende. Vor allem könnt ihr jetzt dann, wenn ihr euch das Spiel holt, sehen, äh, die Soldaten, da sollte man nur die Besten, der Besten hinschicken. Das Problem ist, dass die anfangen durften anzugreifen. Und wir schon halb tot waren. Ich hätte zwar eine Handkanade werfen können, dann hätte einer, also, tatsächlich hätte ich beide Handkanaden einfach werfen sollen, dann wären beide, dann hätten wir es geschafft. Weiß man halt vorher nicht. Also, ich weiß es halt, wusste es halt vorher nicht. Äh, Expedition. Expedition planen. Pamela, Karte. Der Aktenkoffer. Bestätigen. So, logischerweise, du kriegst wieder ein Bein mit. Wir haben auch übrigens unsere Waffen komplett verloren jetzt dadurch. Ah gut, das ist zum Ausprobieren. Schade ist es trotzdem. Ich würde auch gerne nochmal bei den Soldaten vorbei. Ich glaube aber, die sind, ähm, also, es macht keinen, das Problem ist, dass die Soldaten jetzt, glaube ich, wieder eh komplett hochgeheilt sind. Nehmen wir mal fünf Verbandskisten mit, was soll's. Äh, und wir brauchen den Aktenkoffer. Die darf man nicht vergessen auszurüsten, sonst ist es nämlich die ganze Mission umsonst. Dann fragt du und du, wo ist mein Aktenkoffer? Oh, und Expedition starten. Oh, wir brauchen den Aktenkoffer. Oh, wir brauchen den Aktenkoffer. Wir können die beiden jetzt übrigens gar nicht losschicken. Selbst wenn wir wollten, war mir jetzt das Problem, dass einer immer im Bunker bleiben muss. Könntest du nochmal in den Schutzraum reinigen und danach geh doch mal bitte schlafen. Wir brauchen den Aktenkoffer. Aber unsere Hauptfamilie lebt noch. Die haben wir noch nicht geopfert. Wir opfern nur die, die dazugekommen sind. Sind wir fies. Mitwirken. Ja, also, ich glaube, wir hätten mehr auf Geschicklichkeit gehen müssen bei denen, damit man anfangen darf. Ich glaube, derjenige, der mehr Speed hier drauf hat, darf anfangen. Bestätigen. Kämpfen. Pff, was will er denn? Oh, bluten. Der Stein macht dann echt krank Schaden. Angreifen. Schieße Einzelpatrone. Warum nicht? Keine Munition. Ging noch. So, bestätigen. Geschicklichkeit. Ja, Geschicklichkeit. Wenn höher wäre, dürften wir, glaube ich, anfangen anzugreifen. Bei den Soldaten, das war allerdings, das war eine Schnappsidee. Ah, hey, gut. Ja, ich wollte es mal ausprobieren. So, Pamela, äh, Mary kriegt einmal eine Verbandskiste. Bestätigen. Dann sieht es doch schon wieder ganz, ganz anders aus. So, wie sieht es hier aus? Ah, wir haben sogar noch Platz. Mal Beobjekte untersuchen. Mal Beobjekte untersuchen. Pamela hat auch was gefunden auf dem Weg. What? Wann hat Pamela gefunden? Ah, guck mal, hier haben wir schon wieder vier Munition dazubekommen. Oh, haben wir eigentlich genug... Oh, wir müssen genug Schalter haben, glaube ich, um unser letztes, äh, unser letztes bisschen aufzurüsten, oder? Aufrüsten. Ja, wir können alles aufrüsten. Und wir müssen hier auch, glaube ich, fertig sein. Ah, nee, acht Stunden und zwei Stunden. Fremde ansprechen. Äh, sind... Ist sie schon da? Das wäre, glaube ich, zu schnell. Ich glaube... Ja, nee, das ist eine andere. Ich weiß nicht, wen du da gefunden hast, aber das ist jemand anders. Äh, abbrechen. Aber er hätte eine Verbandsküste gehabt. Pamela, wo ist ein Pam... Wo fährt denn Pamela jetzt gerade rum? Hälfte haben wir erst. Ah, nee, da war ein Haus in der Nähe. Okay. Mal Beobjekte untersuchen. Ja, komm. Bringst du wenigstens ein bisschen was mit. Antworten. Christine. Stärke von acht. Nee, ich hätte gerne eine höhere Stärke. Ich würde sogar noch mal, welche losschicken wollen. Und noch mal mich mit den Soldaten befassen. Mitwirken. Allerdings nur, wenn wir Stärkere finden. Und wenn wir es bis zum Tag 100 schaffen. Also halten wir fest. Wieso dürfen... Ja, die dürfen halt auch angreifen. Aber die machen nur zwei Schaden. Das ist lächerlich. Das Problem ist hier eher das Bluten. Angreifen. Ladestreifen. Verfehlt. 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 Treffer. Verfehlt. Boot. Boot. Huch. Amy hat einen Megadrauma. Oh oh. So auf Amy aufpassen. Hat Amy zufälligerweise Pillen dabei? Haben wir... Haben wir... Oh, guck mal hier. Entspannungspillen. Stress und verringert. Anwesend gelassenem Gefühl. Können wir nur nicht nehmen. Schade. Mary bluten. Mary kriegt ein Verbandskist. So, Objekt durchsuchen. Tiere versperren wir den Weg mit Wirken. Tiere sind immer mit Vorsicht zu genießen. Und Bär. Oh, wir gegen... Bär. Ne, wir fliehen mal. Ganz ehrlich, sie muss jetzt drauf vorbereiten, Akten drauf abzugeben. Ich weiß nicht, was da passiert. Okay, wir können nicht fliehen. Okay, da muss der Bär leider verlaufen. Gegenangriff. 19. Uh, ha, 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 ha. Angreifen. Nahkampf. Äh, ja. Das ist übrigens eine... Ja, super. Das ist eine Auswirkung aufgrund des Traumers. Wir versuchen doch zu fliehen. Okay, wir kommen nicht weg. Block. Wo wir jetzt nochmal? Niederlage. Wir müssen Pamela gleich mal verarzten. Oh, wir haben aber auch Pech gerade. Aber richtig. So, gleich sind wir da. So, Matthew darf einmal reparieren, aufrüsten. Wir sind mit allem durch. Und wir haben eine neue... Oder ich habe eine neue Steam-Errungenschaft dadurch auch bekommen. So, Objekte untersuchen. Rest kann da bleiben. Reparieren. Reparieren. Nähern. So. Sehr schön. Das müsste es sein. Das will ich in der Folge noch abhaken. Kleines Haus. Der mit seinem Atombomben-Aktenkoffer. Guten Tag. Hast du meinen Aktenkoffer aufgetrieben? Objekt aushändigen. Ich habe ihn hier. Was bekomme ich jetzt? Unglücklicherweise für dich bekommst du nichts als ein schnelles Ende. Ich kann dich nicht am Leben lassen, wo du über die Wichtigkeit dieses Aktenkoffers Bescheid weißt. Ich war ja drauf vorbereitet. Verbandskasten. Achso, ich hätte vielleicht nur eine Handgranate mitnehmen können. Na, Kampf. Okay, er ist eh tot. Weichei. Christopher. Tschüss Christopher. Ein bisschen. Ein bisschen angehtetet. Kann man eine Schwächung? Ja, ja, ich weiß. Ach ja, schade. Wieder nichts bekommen. Ich hätte vielleicht gleich eher damit befassen sollen. Reparieren. Falle leeren. Anzug zurückbringen. Objekt untersuchen. Ein kleines Haus haben wir nochmal gefunden. Tag 95. Ist immer noch vergiftet. An die Strahlung nehmen. Obwohl, wir heilen ja schon. Nimm das mal nicht. Geh mal eine Runde duschen mit Seife. Und danach gehst du mal aufs Klo. Dann geht es dir hoffentlich besser. Oh, guck mal. Das Ding muss repariert werden. Reparieren. Mitwirken. Fünf Tage haben wir noch. Das soll doch... Ich glaube, zwei Folgen müssen noch rauskommen. Von Sheldra. Danach sind wir durch. Die letzte Folge lief es tatsächlich halt nicht so gut. Rekrutieren. Ablehnen. Stärke von fünf nur. Nein, danke. Schwarzer Regen an der Oberfläche. Ach, guck mal. Sie kommen gerade alle wieder. Objekt durchsuchen. Objekt durchsucht. 19. Bestätigen. Wir platzten. Wir platzten mal eigentlich. 335 von 360. Uh, 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 uh. Gott, das Willen. So, Pamela kommt auch gerade schon wieder zurück. Dann haben wir alle hier drin. Antworten. Äh, äh, Angela. Wie Angela. Angela kriegst Fleisch. War haben wir genug. Objekte durchsucht zwei. Und den Aktenkoffer haben wir verloren. Da hätten wir wenigstens irgendwas Sinnvolles gekriegt. Wäre es cool gewesen. Aber wir haben jetzt, wir haben leider nichts bekommen dafür. Nichts. Schade. Möglichst schade. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, Tag 100 werde ich auf jeden Fall durchziehen. Ich will 100 Tage überlebt haben. Äh, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei Sheldarad. Macht es... Moment. Gucken wir mal. Michael, Stärke von 8. Nein, geh weg. Geh weg. Äh, bis die Tage. Macht es gut.